Hi zusammen! Heute geht es mal um ein ganz anderes Thema, worüber ihr vielleicht noch gar nicht so viele Gedanken gemacht habt. Was mir ganz oft schon aufgefallen ist, wenn ich mal meine Schüler frage, wie stellt ihr euch eigentlich vor, ist die Position nach dem Treffmoment? Ja, dann überlegen erstmal welche und stellen sich hin und haben gesagt, ja, jetzt probiere es doch einfach mal. Wie steht man eigentlich nach dem Ball da? Also nachdem ich den Ball getroffen habe. Ganz wurscht, ob das jetzt der Treiber ist oder ob das jetzt, wie ich jetzt hier habe, ein Achter Eisen ist. Wie stellt ihr euch vor, dass man eigentlich nach dem Treffmoment dastehen soll? Ja, also dann wird erstmal ein bisschen rumgefuchtelt und dann, okay, gut, ja, doch nicht rechts, wieder nach vorne. Was mir dann auch immer wieder zeigt, dass man sich über solche Sachen überhaupt gar nicht Gedanken macht. Was aber so, so wichtig letztendlich ist, weil ich meine, diese Sequenz hier ist unmittelbar nach dem Treffmoment und wenn hier schon der Schläger da herüben ist oder da her vorne hängt, die Arme weg vom Körper, dann wird es höchstwahrscheinlich beim Ball auch kritisch gewesen sein, dass man den Ball auch wirklich schön mittig trifft und auch vor allem satt erwischt. So, also lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige es euch jetzt natürlich, oder ich zeige es euch jetzt auch. Wie möchte ich eigentlich nach dem Treffmoment dastehen? So, und das habe ich auch tatsächlich mit meiner Freundin Elisabeth Istern immer wieder geübt, dass man einfach mal diesen Schwung rückwärts denkt. Dass man sagt, okay, wenn ich jetzt hier hin möchte, also ich möchte beide Arme hier vorne gestreckt haben. Ja, die Arme sollen sich nicht hier unten schon strecken, das machen zum Beispiel auch ganz viele, die vorhin den Boden schlagen, dass der rechte Arm hier schon entwinkelt ist, dass hier schon alles losgelassen wird, dass die Hände dann eigentlich den Ball schlagen. Prinzipiell gehen die Arme nach vorne und durch den Ball wird dann zum Schluss auch der rechte Arm gestreckt. Also das heißt, die Arme sind vor dem Körper und dann werden sie gestreckt. Zum Schluss möchte ich tatsächlich mit der linken Schulter, die so ein bisschen weggedreht ist, nach links oben, das linke Bein ist gestreckt. Und die Schlagfläche geht hier fast noch zum Ziel. Ja, also hier bin ich auch mal wirklich gestreckt. Mein Körper ist in einer gebeugten Position, also sprich in dieser Bend-Position. Ihr seht ja selber, dass die Schulter dann hoch geht und die rechte geht runter. Wenn ich mich jetzt wieder nur drehe, komme ich in diese Position gar nicht. Also kommt mal in diese Position, dass ihr sagt, okay gut, die rechte Hand ist unter der linken, der rechte Arm ist gestreckt, das linke Bein ist auch gestreckt. So und der Schläger, jetzt werden viele sagen, ja der Schläger geht ja hoch. Ja, der muss ja auch hoch. Irgendwann, das habe ich euch schon mal erklärt mit diesem Low-Point, der Schläger geht von unten, irgendwann geht er mal nach oben. Diese Schwungbahn oder dieser Schwungkreis geht ja wieder nach oben. Und das müsst ihr auch mal zulassen. So, das sind jetzt gleich mal viele Tipps auf einmal, vor allem wo eigentlich dieser rechte Arm streckt. Wenn ihr alle, oder Gott sei Dank nicht alle, aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr zieht die Arme an, habt mal wirklich das Gefühl, durch den Ball die Arme zu strecken. Ja, vielleicht hat das euer Pro auch schon mal gesagt, ihr müsst mal durch den Ball die Arme strecken. Die meisten strecken die Arme dann zu früh zum Ball nach unten. So und dann habe ich natürlich ein Problem. Wenn ich jetzt hier durch den Ball die Arme strecke, dann geht es auf jeden Fall viel, viel besser. Ich zeige euch das einmal, ich mache euch das einmal vor. Und dann gehe ich einfach mal den Schwung dann rückwärts zurück. So, also. Hände sind leicht vor dem Ball. So. So, und jetzt gehe ich hier mal langsam wieder zurück. Da möchte ich hin. Da war ich. Da möchte ich hin. Ich habe hier weder meine Arme angezogen, noch sonst irgendwas. Also, mein Appell an euch, probiert das mal aus. Kommt mal in diese Position und arbeitet den Schwung von da zurück, von vorne nach hinten. Und immer wieder in diese Position kommen, dass ihr eure Arme durch den Ball nach vorne streckt. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dieses Video wird euch jetzt helfen. Und vor allem mit eurem Mindset, was dieser rechte Arm macht, was die Arme per se durch den Ball machen, dass ihr jetzt einen neuen Ansatz habt. Wenn es euch hilft, schreibt gerne einen Kommentar hier unter das Video. Like meinen Kanal. Und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ganz viel Spaß. Bis bald. Ciao. Ciao.